Hallo und herzlich willkommen zu einem Stream, und zwar in einem Ego-Shooter, und zwar kommt abends, heißt das, und ja, das hört sich sehr weiblich an, das liegt aber daran, dass die weiblichen Charakter deutlich dünner sind und deswegen eine neue Gruppe haben. Was ist das? Ja, ich habe keinen Fall mehr. Und dann haben wir noch einen Spiegel mit. Ich werde mich nicht mehr mit dem Zufall. Oh, ich werde mich nicht mehr anlegen. Ich werde mich nicht mehr anlegen. Wow. Da war ein Sniper rum. Ähm. Ja. Ich bin noch nicht so da drin. Oh Scheiße. Okay. Ah, Mann. Ja. Da muss ich auf jeden Fall raus spielen. Aber, äh, ich hab das schon was länger nicht mehr gespielt. Und seitdem. Let's. Update. Woah. Was ist es? Okay. Ja, okay. Okay. Ach, da waren... ...mal ein bisschen umwohnen achten. Auf jeden Fall. Weil ansonsten... ...seht ihr ja was passiert. Wieder. Wir kommen nicht weiter und wir müssen Kills machen. ... 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 Ah, okay, no. Ah, okay. Ah! Ah, okay. Ich hatte aber auch nichts mit dabei. Die machen das locker diese Runde. Oh, ho, ho. Hm. Hm, hm, hm. Hm. Na gut. Nein! Verkackt. Der hat's nicht, bekomm ich nicht. Multikill, alles klar. Ja, okay. Ja, okay. Ich muss hier dabei sein. Ja, okay. Ja, okay. Ja, okay. Ja, okay. Die hat uns bald hier weggeholt. Nein. Nein. Ja, okay. Oh, 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 oh. Woah. Das war knapp. Ja, okay. Ja, okay, ich muss hier sein. Ja, okay, ich muss hier sein. Okay, ich muss hier sein. Ja, das ist jetzt ganz wichtig. Ich hatte's nicht mehr. Nein, nein, nein. Komm, ich hatte aber auch nur noch einen AP eher als wiederher. Hm. Oh. Oh. Yo. Yo. Ähm. Dieses Spiel werde ich hoffentlich aber auch nochmal mit anderen zucken können. Komm. 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 Wo? Komm. Komm. Okay. heute kam ja heute das Video von Needles and Dandals, zweiter Wildkrieg, ne, und jetzt hier ein bisschen moderner. Ja, Mann, mit dem Schaldenfeld. Ich wollte doch gerade abdrücken. Na gut, der Sprung ist anscheinend nicht zu schiffen. Warenversuch wert. Rund start. 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 das das haben wir, ach ne, der war bald hinten, stimmt die Map oh äh Ich finde mal einen Hedgehog. Round start. Jo, kommt doch von hinten an, gespintet. Ja gut, wie sieht es für mein Team mal wieder kacke aus? Ja, meine Beine. Warum stehen die hier so tagenlos rum? Jo. Wie lange habe ich es gezockt? 2, 3 Monate höchstens, aber ne. So richtig lang habe ich es nicht gezockt. Ah, diese Sniper gegen die komme ich nicht an. Also noch nicht. Vielleicht wird es mal. Vielleicht hier irgendwo. So. Der ist oben rumgekommen. Nein. So. 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 Ja. Zwei Kits habe ich jetzt geschafft. Ich habe dann auch die Granaten geholfen. Oh Gott, das ist tot. Ja genau, von da kommt hier auch noch einer. Genau. Nein, er hat mich noch erwischt. Um, die hat mich noch erwischt. Oh, ich weiß nicht, dass ich noch ein paar Mal die Schweren habe. ja das macht mich halt immer noch einen shot HET! Yo! Ach, dahinter... Ah, ok. Die Entfernung ist die bisschen besser, aber... Mh, gut. Das ist halt nicht die größten Schaden. Ja, genau! Ja, genau! Ich hoffe, dass das sehr fixlich ist. Ja, Headshot, das ist klar. Ja. 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 Bound ist hard. Komm. Geht doch. Geht doch. Okay, könnten auch nur sehr knapp. Könnten sogar noch gewinnen. Nein. Rund start. Loll. Rund start. Schon spanartig gewesen. Ja. Ich hab zwar nur zum Kills, aber besser als der... ...drunter. Äh, als der andere. Naja, natürlich. Ja, viel tot und viel bewegt. Jo. Das ist gut klar. Rund start. Oh, die Map ist... Äh, die Map ist neu. Weil sie meistens mehr hintergehen. Hier kommt das Dach. Dafür ist das andere, oder? Nein. Unsere Tonnen gehen hier hoch, nur. Untertitelung. BR 2018 2 kills und doch kann man machen 4 6 9 10 12 13 14 14 15 15 15 16 15 16 16 16 Der kann doch nicht mehr fliegen. Läuft doch, komm rein. Ne, auf der Karte kenne ich mich wirklich. Wo kommt der denn jetzt? Ah, da steht er. Ich wusste doch, dass er irgendwie... Okay. 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 Am liebsten auch noch verläufen. Ich glaube, dass ich hier erst wieder reinkommen muss. Geht das? Nein, na ok. Oh, ja. Oh, ja. Oh, ja. Oh, ja. Ja, die P90 ist ein bisschen OP. Ja, gut dann. Rund startet. Das ist gut. Das ist gut. So reinkommen auf dieser Map. Die P90. Jetzt wird meine Stats wieder schlechter. Rund startet. Das ist gut. Das ist gut. Das ist gut. Das ist gut. Okay. Das ist gut. Das ist gut. Schautte! Hier ist es ein Wettbewerb. 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 Schon wieder wär mir doch P90. Es geht, es ist besser. Hier ist es ein Wettbewerb. 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 Und das soll es auch für... Nee, ich mach noch. Ich mach noch ein paar Runden. So, dann hab ich. Hier richtig ausgesucht, wo er Glück hat. Ihr Team gewinnt. Loll, alle gelöstet. Hm. Schade. 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 Nein! Die in den Hohen! Nein, ich weiß nicht, ich bin dran. Ja, dann... Ah. Die hab ich nicht gesehen. Wow. Komm, der kann doch nicht mehr viel haben. Rund start. Hm. Rund start. Ah, da entfernen wir mal die Ganaden und da kommt einer. Stimmt, Musik am Morgen wäre was. Rund start. Hm. 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 Daran hab ich nicht gedacht. Nee, das kann ich noch nicht. So, äh, ja. Hab ich den letzten Kill gemacht. Yes. Die Map ist gehalten. Ja. Bitte schreiben, ob die Musik zu laut ist. Ja. 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 So. Jetzt sind zwei Kills, oder? Ja. Ja, waren zwei Leute. Ich weiß nicht, ob die Musik zu laut ist oder sowas. Ja, ich darf nicht mehr so viel überlaufen. Das ist ein Sniper. Okay, ein bisschen laut dann, äh, die Musik oder alles zu laut. Ja, ich darf nicht mehr so viel überlaufen. Ja genau, dann ist das ein Sniper. Okay. Warte, ist das ausgegangen? Äh, äh. Ja, ich darf nicht mehr so viel überlaufen. Okay. So. Äh, Musik, äh, von der Lost Check her, jetzt in Ordnung. Bleib besser. Hat doch noch einmal was laut. Okay. Ja, ich darf nicht mehr so viel überlaufen. Nein. Das ist schon. Ich hab grad drauf, dass ich den Zettel noch einmal. Outschela. Was? Von hier? Alles klar. Was? 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 Ich weiß nicht, dass ich meine Koal-Long-Lehrer hatte. Ich bin kompetent. Nein! Also wie gesagt, wenn man ne Snipe hat, kann man auf dieser Map richtig gut snipen. Oh, da war... Hm... Yo... Da ich Battlefield 1 noch nicht richtig getippt habe, kann ich das eigentlich nicht so richtig beurteilen. Ich kann einfach nur sagen, dass ähm... Also... In denen wird man einfach nicht zu viel, aber auch... Also... Ich will, dass die kostenlos sind, sind so geil. Aber... Dass du dann dasselbe damit machst wie im Battlefield, ist natürlich nicht so. Woa... Das ist knapp. Ich muss auf jeden Fall noch was nehmen. Hier wird erstmal seit... Auch in Ewigkeit, dass ich das schon wieder spiele. Und daher... Oh, mit einer Pistole... Äh... Nein, ich finde mich in meinem Spiel nicht gut. Also... Ich finde das Spiel gut, aber... Ich bin jetzt nicht so... Dass ich behaupten kann. Ja, ich kann das Spiel gut spielen. Das sagen auch hier meine Stats. Also... Ich spiele das eigentlich nur... Just... For fun. Jetzt... Ist das schon gut. Jetzt gewinnen die mal. Ich bin jetzt... Ich bin jetzt... In einer nächsten Runde muss ich mir auf jeden Fall... eine Sniper kaufen... a gekommen. Mach's warum. Das war's für heute. Also, ähm, einerseits, ja, hier, full of tanks, full of warships, ähm, ja, hier kommen mit Arms, Heroes and Generals, dann, äh, gut, das ist nicht mehr ganz wert, meint das hab ich auch, aber, ah, dann, ja, äh, den Armschuss hab ich auch noch nicht mehr so, äh, dann hab ich noch, halt, ganz schön, so, ein Geschöpfenwerper, 2L, 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 dann in Immersion C4, dann spielen wir hier, also auch, nein, das steht irgendwie zu spät, Nein, da war noch einer. Ach, genau, ich hab auch noch GTA, ähm, wenn ich wüsste, die zu erwähnen, scheiß, schau ich hab auch noch GTA, aber das krieg ich von meinem PC her nicht, also, ich hab, wenn ich jetzt einfach hier, also, ich hab halt, nur 8 GB RAM und das ist viel zu wenig, um das zu spielen, äh, und aufzunehmen, spielen auch unten drauf nehmen. ¡Oh, die ist schick! « » Okay, das war manchmal, weil ich bisschen weit vom Mikrofon weg war. Also von der Lausstrecke her ist es jetzt besser. Also von der Lausstrecke her ist es jetzt besser. Das ist sehr schön. Gut, was könnte ich hier für ein Schneider werden? Okay, so viele. Oh, das ist ein Schneider. Okay. 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 Hey. hmm Ich weiß nicht, dass ich ein bisschen verabschiede habe Dann Dann noch nicht Das ist hier irgendwie gut. Ich kann es nicht. Ich kann es nicht. Das ist dann. los monos klein round start Nein, hier ist mein Paar. Ich habe das nicht nur einen Hull, aber ich habe das nicht nur einen Hull. Ich habe das nicht nur einen Hull. Bis zum nächsten Mal. Das kann doch nicht wahr sein. Bis zum nächsten Mal. 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 Das war's für heute. Nein. Schade. Schade. Nein. Kacke. Boah, das ist egal. Wenn plötzlich... Oh, wofür das? Boah. Boah. Nein. Wofür die meisten? Don... Wofür nicht. Nein. Kacke, wenn man spawnt und direkt... Leute... äh... Round start Round start Ja sehr geil, wenn man kein Wettbewerb wenn man das erwischt Ja 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 Nein! Okay. 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 I don't know what I'm doing. Okay. Nice. Okay. 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 Wir nehmen uns richtig ein, was wir jetzt hier machen. Oh Rund start Oh Die überall Klackvolle Kornaden Die auch noch nicht wahnsinnig Ja genau, muss doch Und dann Wenn du das Ja genau, muss doch Schau mal, das ist Drei 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 Nicht möglich Drei 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 Okay, werde ich mal versuchen. Werde ich versuchen. Also mit den Bewegungen, wir haben eine Schaffigkeit. Also mit dem, ich mein, du meinst hier mit A und D hin und her, dass die Gegner einen so gut stoppen. Ähm, ich versuch's zwar immer, aber ich scheide da immer direkt nicht dran, weil ich hier ist immer. Fuck, ich hab da noch. Okay, ich hab hier. die äh, breffung ja, boah, mal hier auch geöffnet aber ich weiß, dass der Natus nicht mehr zu spart nein haben wir hier schon wieder das A-Diffel jetzt ach wie die Ecke da, kann man sich mal bedenken ok, da ist Feuer ich nehme ihn halt Schott, komm die rote die rote die rote am wie ge schätze die die Ich denke, ich bin schon wieder von der Aufwand. Ich glaube, ich bin schon immer so nicht vorgekommen. aber ein Miner niss Ah ja, das ist mir ein Technik nicht schön, ne? Nein, das war's. WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR Und dann wieder kommt der da rein, weil der so ein Niemann und dann kommt der da rein, weil der so ein Niemann Nein! Ach... Hat die meisten im Spiel getrennt. also der zuerst so jetzt dann also gegen die gleich und bestimmt zum salven okay ja ohne das zuerst noch nicht hochgehen jetzt ist der feuer kurz hier rein ja 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 das ja das hilft mir wirklich gut ich muss halt nur lernen das anzuwenden ja und ja 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 die und das ist dann auch die letzte runde gewesen ist der stream zu ende da waren wirklich sehr es Wo kommt das denn jetzt her? Äh... Warte... Kann mich hin knien... Äh, ich glaub hinlegen geht... Also müsste ich nachgucken... Ne, ich kann nur kriechen... Und Granaten... Ich hab halt immer nur eine Granate dabei... Dann bedanke ich mich mal fürs Zuschauen... Das soll es jetzt mit dem Zoom heute Abend gewesen sein... Mach's bis... Bin er äckst... Ich hab mich mal... Ich hab mich mal... Ich hab mich mal... Das müssen sie dann... PewDiePie...